herzlich willkommen zum neuen csv video und ja wir haben heute mal wieder ein neues obort auf das 2 das ist weg noch in der aufwärmphase die aufwärmphase geht noch 13 sekunden ich glaube aber nicht dass alle spiele gejoint sind somit müsste dann noch eine oder zwei minuten drangehängt werden der typ ist hier afk und spulen wir das ganze einfach mal vor außer ok ist anscheinend doch alle spieler gejoint ok nein heißt wir spielen das ganze mal vor der zähne normalen kill war aber nicht mein headshot ok also er macht jetzt hier nichts sonderlich viel in der aufwärmphase na also er läuft größtenteils rum sie auch noch afk wie geht das spiel ok das spiel beginnt alles klar ja das respekt auf die seite wie schon gesagt in der piste rund jetzt und ja ich bin sehr gespannt wie er jetzt so aussehen wird mit dem non prime account was ziemlich interessant wird und ja mal gucken weil das update ist jetzt mehr als der woche draußen und vielleicht gibt es ja wirklich schon im ort interessantere fälle sage ich jetzt mal okay den headshot bekommt er da oben nicht switch lieber zu usb die t sammeln 4 gegen 3 seine beiden mates gehen lang schon durch mit der bombe es müsste eigentlich jetzt für die derzeit eine safe round sein mtc abo schöner one tap aber nichts allzu besonderes macht noch den zweiten und damit kommt eine schade da hat er nicht sofort den kopfschuss getroffen also bis jetzt würde ich persönlich sagen dass das jetzt hier nichts allzu besonderes war die beiden und tics waren sauber aber jetzt nichts zu sagen oder das ist ein klarer immer aber ja wir haben noch sieben weitere runden was ziemlich interessant werden kann die tz die ctes haben eine volle ok mal gucken für was ich die tz entscheiden sie entscheiden sich für einen push die da hinten checkte überhaupt gar nicht okay und das war nicht mein headshot ich glaube kaum dass der typ anhat da drüben liegt der smoke den beachtet er gar nicht erst okay sehr interessant der hat ihn schon geprüft er bekommt den schuss aber auch nicht ich bin ich glaube kaum dass der typ im aimer bis jetzt hat auch wieder keine headshot und das wird sehr hoch bekommt die kill aber nicht also da den links überhaupt nicht geachtet hatten der typ der plateau stand in der smoke eben sie versteckt hat dass er den auch nicht gemerkt hat dass eben einer steht würde ich jetzt zur schließung nutzen dass der typ nicht auf esp bzw auf warlex spielt immer glaube ich bis jetzt noch nicht oder bin ich mir eigentlich relativ sicher dass der typ kein immer anhat weil er eben zwar ordentlich aber die schüsse loggen ist sofort ein wenn ihr wisst dass ich meine okay den schluss sagt er nicht könnte es jetzt ja mal ein bisschen genauer ja also man sieht ja anders aus jungs immer sieht da einiges anders als bekommt eine team nette hat noch 51 hp da würde ich mich auch auf jeden fall bedanken sind die t es holen die zwei wahrscheinlich einfachsten runden des kompletten wettkampfs nämlich die echoes der cts ok er behält na ja auch wenn er genug geld für der abp aber wenn natürlich eine abp hier so wunderschöne armes bondig dann ja überlegt man sich das nicht zweimal da hatte ich dann sofort zur abp geswitcht schießt auch nicht da hätte er geschossen wird er vielleicht die kinder bekommen er hatte gesehen wahrscheinlich habe jetzt eben seinen team hat gekoilt die hat bekommt ihn aber nicht hin so mit ist unser terrorist jetzt in einem 4 gegen 1 er geht schon ein bisschen in der safe position wo er seine waffe dann schließlich säfen kann macht den ersten flexor mit 3 gegen 1 wäre machbar das problem ist halt dass er von dem cd gebackstab wird ich glaube das liest er auch mittlerweile relativ gut also das ist ein vollkommen normaler move ja wenn du in einem 3 gegen 1 bis deine position angesagt ist dann kommt es gut auch vor das gebackstab wird jetzt auch ziemlich interessant ist dass er die ecken jeweils anschaut der cd hat jetzt übrigens gesehen so wird rotieren jetzt die cd zu a und er hat immer noch seine dgl t spawn gehabt ja und er hat ja relativ schneller laufen können mit dem messer habe er aber nicht gedacht ja 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 also ich glaube nicht dass der typ an hat das mag schießt er gar nicht da ist eine kleine lücke pass auf ich glaube perfekt die ok macht schlau er plänte für short das problem war er war ein bisschen zu langsam und somit bekommen der cd beim planten 3 zu 1 immer noch für die tees er hat ja sogar einige schöne smokes das müsste eine big box smoke sein oder eine big box smoke somit kann er ohne probleme short reingehen irgendwie ja gut ne der der cd hier mit der auto shotgun hat jetzt hier drei wunderschöne freaks gemacht wo ist meine ohr aus hilfe ein ganz kurzes ding sorry ich unterbreche gerade voll mal spannenden part ich weiß aber der typ hat safe nicht an er hat zwei freaks hier gemacht und er hat nur schüsse im magazin gehabt aber er ist zum nachladen gegangen und hätte er im war lag an dann hätte er klar gesehen dass der short hier gleich kommt und die gleich picken wird dass er dann gleich da ein konflikt hat dann hätte er niemals nachgeladen also ein bisschen solche sachen wo ihr eben beim oberts auch ein bisschen darauf achten sollt den bekommt er aber nicht also der typ eintrücklich gute 12 3 nach fünf runden das problem ist halt dass seine team jetzt irgendwie keine richtigen entry facts bekommen und das ist somit ich richtig in der taktik übernehmen können er wurde jetzt hier schon wieder mit einer auto shotgun weggemacht interessante wahl auch dass man eine auto shotgun auf lang spielt aber ja unser toaster im gegner team das vor allem ist eben wie gesagt seine mates bekommen keinen entry track und wenn du kein entry track hast und dann kannst du keine taktiken richtig spielen wenn du halt immer mein anfang der runde ein 1 1 zu 0 trade hast gegen dich dann spielst du 4 gegen 5 und 4 gegen 5 ist halt sehr schwer vor allem auf einer halb wie das 2 wo du eben splits machen kannst aber für den split brauchst du eben dann des öfteren 5 ja leute wo dann auch darauf mitarbeitet und hier sieht man sie eben sein seine mates fracken halt nicht dementsprechend er geht jetzt hier auch selber 4 zum entry track das problem ist halt ok er bekommt jetzt die kill das könnte jetzt sogar interessant werden das problem ist ja der hat jetzt auch zu schritt gerne aufgepickt und seine mates verlieren so wieder 1 gegen 1 trades also das ist wirklich ein problem ja und ich kann sozusagen schon den salt von dem typ mir riechen weil seine mates machen ich gar nichts denn er macht alles aber er kriegt trotzdem in die runde zu gehen ja trotzdem ich glaube der typ war vollkommen unschuldig und ja könnte zwölfer sein könnte auch einfach nur ein typ sein der ein bisschen mehr ahnung wie seine mates hat vielleicht ein solcher was auch immer und ja was haltet ihr definitiv denkt er hat er an oder nicht schreibt mir die kommentare und ja wenn ich das video gefallen hat lasst doch positive bewertungen bis zum nächsten mal 3 und ja ciao